Wir wollen mit Annabelle spazieren. Hier hast du ein Spielzeug. Solange Annabelle spielt, mache ich ihr Babyfutter in der Flasche, die wir mitnehmen. Wternatungen nutzieren, ist es soakla mit einem Spielzeug. Gott YOUT-W plate auf den Kn messe Zunsichel. Schau, wie lecker! Wir ziehen den Hut an... und Schuhe! Komm, wir gehen zum Kinderwagen, Annabelle! Ist es bequem? Los geht's! Was für ein Pool! Hier bleiben wir! Wow! Magst du das Wasser, Annabelle? Lass uns mit den Füßen taumeln! Schau, im Wasser schwimmen bunte Bälle! Schau, Annabelle! Wer kommt denn da? Was für ein süßes Schaf! Schau, seine Ohren und Beine bewegen sich! Streichel es, Annabelle! Schau! Schau! Schau, siehzer! Schau, siehzer! Schau, siehzer! Schau, siehzer! Und jetzt wird es Zeit zu essen. Das ist Annabels Flasche. Hier. Und für das Schaf sammle ich Gras. Is. Annabelle, willst du das Schaf füttern? Ich. 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 Alles aufgegessen. Wir können das Schaf kämmen. So. Auf deinen Schuhen sind auch Schafe abgebildet. Das Schaf nehmen wir mit nach Hause. Das Schaf nehmen wir mit nach Hause. Das Schaf nehmen wir mit nach Hause.